Hamburg. Profibieter Achim Weichel und Frank Dostal boten am meisten für den Star-Club. Der Star-Club in Hamburg gehört jetzt uns. Wir haben ihn schon zwei Monate und sind immer noch nicht breit. Wir haben den Star-Club nicht übernommen, um dadurch reich zu werden. Achim, naja, also ich bin's ja nun schon, aber sonst bin ich da voll und ganz meiner Meinung und auch unterhaupt. Und meine Nonsens ist ja auch nicht mehr das, was es war wahr. Ja, also mein Companion meint, es gibt so viele wirklich gute Gruppen auf dieser Welt, dass es eine Schande wäre, wenn wir die nicht bringen würden. Wir haben uns vorgenommen, gute deutsche Gruppen im Star-Club auftreten zu lassen. Engagiert sind The Nice, Eamon Corner und die Tremelos. Kennt jeder, aber... Kennst du den Star-Club? Nein? Kennst du die Wonderland?